Ihre Großmutter erzählte später, dass sie am nächsten Tag sehr verstört war. Es wurden mit einem Lkw ältere türkmännische Frauen zu einer Kaserne transportiert, wo sie über Nacht vergewaltigt wurden. Diese Kaserne hieß Benjamin. Am nächsten Tag wurden sie alle praktisch aus der Kaserne entlassen und mussten halt selber schauen, wie sie nach Hause kommen. Es gibt sehr viele dokumentierte Vergewaltigungen. Die Beispiele sind zahlreich, so ist es der Tontora, Elit oder das Dorf Simsim in der Nähe von Järfe, was einer der Orte war, wo die meisten Frauen vergewaltigt worden sind. Hضور الكريم مخططات تهويد مدينة القدس هي الشغل الشاغل حالياً لحكومة إسرائيل. وهي مستمرة من العام الثمنوابع في محاولة لطمس معالم المدينة العربية من خلال عمليات التجريف وعبرنة أسماء الشوارع، يعني تغييرها من العربي للعبراني واليوفطات بالعبراني والإنجليزي وإقامة المنتزهات فيها وبناء الأحياء اليهودية في الأراضي العربية وبالذات في القدس الشرقية وإقامة الحواجز لحماية تحركات اليهود في المدينة وضوحيها إن من أبرز هذه المشاريع التهويدية مشروع تطوير القدس لعام 2020 جديد شغلية العديد بعدما أقرت حكومة شارون كون القدس منطقة تطوير من الدرجة الأولى إضافة إلى النقب والجليل لكي نعمل لي التهويد النقب الجليل والقدس أعلنوها منطقة تطوير أفضلية أولى مشان صرف الأموال الملايين عليها فصرفت الميزانيات ووضعت الخطط وروسمت الخرائط لذلك شكرا 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 لذلك die letztendlich sicherstellen sollen, dass jüdische Bewohner freies Geleit bzw. freie Bewegung haben. Eines der großen Projekte für Jerusalem ist das Entwicklungsprojekt 2020. Dieses Projekt hat die Priorität 1 und hierfür ist schon sehr viel Geld ausgegeben worden und die Pläne werden auf Hochtouren umgesetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. . 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